Ich komme ja schon. Kommen Sie, kommen Sie schnell und gucken Sie doch, was passiert ist. Da hinten sieht es aus wie in der Notaufnahme vom Sülbermann-Krankerhaus. Damals, als die Ärzte gestreikt haben. Siehe, wo tut es denn weh? Ich habe ein bisschen Kopfweh. Und dann reicht es völlig ein Gefühl im Bauch. Ich denke, du hast ein Problem mit deinem Pfeil. Pfeile haben ja ein Problem mit meinem Pfeil, ein Pfeiler. Ja, was glauben die eigentlich? Die will die Welt ja mal spielen. Und warte bloß, bis er in den Zegel setzt. Ja, bin ich nicht nach vorne. Sei froh, diesen Dreimasten. Ja, Entschuldigung. Ich habe ja bloß mal fragen wollen, dass Ihnen noch was anderes fehlt. Ich habe ja noch was anderes fehlt. Mir fehlt nichts im Gegenteil. Ich habe es zu viel. Und das guckt ungefähr einen halben Meter hinten aus meinem Pfeil heraus. Und deiner Vordergrund hätte auch niemand in den halben Meter erwartet. Nichts hältstabend ein Klappi, gell? Sieh, der sieht überhaupt nicht gut aus. Ich glaube, wir sollten Sie gleich ins Krankenhaus bringen. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus. Ach, jetzt machen Sie doch kein so großes Aufheben wegen so was. Also, wo ich noch ein Junge war, da haben wir kein so Geschiss wegen so einer Kleinigkeit gemacht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Sehn mal. So geht's. Sag mal, hey, no. Oh, mein Gott.